Herzlich Willkommen bei einer neuen Meditation und heute schauen wir uns an, wie es denn ist, wenn dir deine eigenen Konzepte im Weg stehen. Vielleicht kennst du das, du hast ein Bild von etwas im Kopf und hast im wahrsten Sinne des Wortes eine Einbildung so stark schon verkrustet, dass das Offensichtliche oft gar nicht mehr durchdringen kann durch diese konzeptionelle Brille und heute arbeiten wir mit diesen Konzepten. Schauen, dass es deine Lebensenergie direkt den Lebensfluss nicht mehr blockiert und dass du selber auch freier werden kannst und dich von deinen eigenen Vorstellungen befreien kannst. Denn letzten Endes ist alles was wir gespeichert haben ja mehr oder weniger eine Blockade. Also wenn du zum Beispiel mit jemand dich nicht gut verstanden hast beim letzten Mal wo du dich getroffen hast und du hast das als Konzept noch, das ist die Person mit der ich immer streite, dann wird auch dieses Konzept beim weiteren Treffen wieder euch im Weg stehen. Nun so behindert oft ein Konzept eine gespeicherte Meinung den Blick auf das was wirklich da ist, den Blick auf die energetische Wirklichkeit und da werden wir jetzt eben schauen das zu lösen. Gut, dann starten wir gleich mal. Du kannst mal deine Augen schließen und einmal tief ein und wieder ausatmen und noch mal tief ein und wieder ausatmen und erlaube dir jetzt einfach mal ganz ruhig zu werden und zu dir zu kommen und zu dir zu kommen mit dir selber zu arbeiten. Du nimmst dir jetzt Zeit für dich, Zeit blockierte Energie zu erlösen. Du nimmst dir Zeit für dich, Zeit blockierte Energie zu erlösen. Ich bin es mir wert, mir die Zeit und den Raum zu geben, um nun mit mir in meinem Energiefeld arbeiten zu können. Und nun komm ganz in dir an und erlaube dir mal den Teil in dir aufzusuchen, wo du fixe Vorstellungen und Konzepte gespeichert hast. Und das können unterschiedlichste Konzepte sein, das können emotionale Konzepte sein, beeindruckende Gefühle, das können instinktive Konzepte sein, wo du vielleicht in einer Kindheit geprägt wurdest. Das können auch erlernte Konzepte sein, die du während deiner Ausbildung einmal aufgeschnappt hast. Erlaube dir einfach einmal jetzt in dir ganz bewusst, dich mit den Anteilen auseinanderzusetzen, wo Konzepte herrschen. Und spüre jetzt einfach mal den Unterschied der Energie. Du beginnst jetzt auf deiner rechten Seite vor dir wahrzunehmen, freie, fließende Energie. Freie, fließende Energie. Also Energie, die nicht in Konzepte gebündelt ist, sondern reine Lebenskraft und Lebensenergie. Erlaub dir die einfach mal so auf deiner rechten Seite wahrzunehmen. Also da fließt einfach mal so wie ein Wasser, wie so eine Lichtenergie, fließt mal freie, ungebundene Energie ohne Konzepte. Und auf deiner linken Seite nimmst du jetzt mal wahr, eine Konzeptseite, also die Energien, die mit Konzepten gebunden sind. Und schau dir das einfach mal an, wie wirkt es dann? Merkst du, dass die Seite mit den Konzepten vielleicht enger ist, dass die vielleicht verkrusteter ist und dunkler ist als die andere? Nimm das einfach mal wahr. Und erlaube dir, ohne zu werten, es einfach wahrzunehmen. Also nicht zu sagen, das eine ist besser als das andere. Sondern nimm einfach mal wahr, was diese Konzepte, wie die wirken und was die mit deiner Energie machen. Und da wird es Unterschiede geben. Manche Konzepte bringen vielleicht deine Energie in Form und bringen dich weiter, erhöhen quasi einen Druck, aber auf positive Art, fokussieren das. Aber andere Konzepte sind vielleicht schon Relikte der Vergangenheit, die man jetzt gar nicht mehr braucht. Alte, verstaubte Strukturen, die du in dir trägst. Traumata vielleicht auch noch aus deinem Familiensystem, die weiter dir eingeprägt wurden. Oder gewisse Wahrnehmungen über das Leben, Einstellungen, auch von mir aus zur Spiritualität. Und nimm einfach mal das Freie wahr und nimm diese Konzepte. Und erlaube dir jetzt, links deine Konzeptseite, rechts die freie Energie. Erlaube jetzt mal, dass sämtliche Konzepte aus dir heraus transformiert werden, die den Fluss deiner Lebensenergie blockieren. Also sämtliche Konzepte, die zu einer Blockade geworden sind, dürfen jetzt transformiert werden. Was sind das für Konzepte? Das sind Konzepte, vielleicht zwischenmenschlicher Art, die du deinem Partner oder deiner Partnerin gegenüber gespeichert hast. Freunden gegenüber gespeichert hast, Arbeitskolleginnen und Kollegen gegenüber gespeichert hast. Konzepte im Familiensystem, deinen Kindern gegenüber oder deinen Eltern gegenüber, den Großeltern gegenüber. Also solche Konzepte dürfen jetzt mal, die dich selber einschränken, die dich selber belasten und die jetzt keinen Platz mehr haben. Das können intellektuelle Konzepte sein, die dich selber einschränken, aber dich blockieren in deiner Intuition, in deiner Inspiration, in deiner Entfaltung. Das können emotionale Konzepte sein, die dich daran hindern, zu fühlen, wahrzunehmen, was ist, dein Herz zu öffnen, dich fallen lassen zu können, dich inspirieren lassen zu können. Das können gesellschaftliche Konzepte sein, die du nicht brauchst. Also da, wo die Gesellschaft vielleicht unter Druck steckt oder eingeschränkt wird durch Konzepte, die es eigentlich nicht mehr braucht. Und all diese Konzepte dürfen sich jetzt transformieren. Und das Licht der Transformation, das jetzt zu dir kommt, ist auf der einen Seite so orange schimmernd, wenn es sich so um Traumata, um Schocks handelt, oder violett, oder rosa, oder hellblau, oder weiß. Und das sind so die Frequenzen, die jetzt einfließen und deine Konzepte, diese beststeckende Energie, diese blockierte Energie, wird nun dadurch bearbeitet und wird freier. Und vielleicht spürst du eine gewisse Unsicherheit oder es regen sich Emotionen in dir, während jetzt diese Konzepte transformiert werden. Das ist ganz normal, denn manche Konzepte geben dir eine Pseudosicherheit, eine Pseudostruktur. Und es werden jetzt nur die Konzepte bearbeitet, die dich wirklich von deinem innersten Wesen abhalten. Erlaube dir nun einfach voller Zuversicht, Noch einmal um Transformation und Erlösung aller verkrusteten alten Konzepte zu bitten. Und die lösenden Frequenzen fließen in dich ein. Und du erlaubst dir auch, dass sämtliche Widerstände jetzt transformiert werden. Du spürst, dass du ruhiger wirst und dass Heilung einsetzt in deiner Konzeptebene. Frieden, Gnade und Würde und vor allem das Bewusstsein, das Erwachsenenbewusstsein, das verantwortungsvolle Bewusstsein, das Wissen, was du benötigst und was nicht, fließt in dich ein. Spüre jetzt mal dieses Urvertrauen, diese Sicherheit, diese Erdung, diese Klarheit. Und spüre, wie wundervoll eine tiefe Erlösung ist, die da in dich einfließt. Und jegliche Unsicherheit darf sich jetzt noch einmal lösen. Also ganz viel Ruhe, Vertrauen, Stabilität fließt in dich ein. Und auch eine Erschöpftheit, die aufgrund von alten, verstaubten Konzepten entstanden ist, löst sich jetzt und Lebensenergie fließt in dein System. Und betrachte jetzt noch einmal ganz bewusst deine rechte Seite, die Lebensenergie-Seite und die linke Seite, die Konzeptseite. Und schau mal, was du wahrnimmst. Die sollte jetzt heller sein, die sollte klarer sein. Und schau mal wirklich so nach hinten, so bildlich, was du jetzt losgelassen hast, was abgefallen ist. Und vielleicht fallen dir da auch Bilder ein von Familienmitgliedern oder von Freunden, wo du merkst, ach ja, da habe ich Konzepte hinter mir gelassen und abgestreift. Und du kannst nun zuversichtlich und klar und frei noch mehr so Lebensenergie in dich einladen. Mehr Inspiration, mehr Offenheit, mehr Frieden, mehr Liebe, mehr Dankbarkeit, mehr Hingabe. Spüre jetzt. Spüre jetzt noch einmal, wie die Lebensenergie durch dich hindurch fließt, wie mehr Leichtigkeit in dein System kommt. Und dann atme mal tief ein und wieder aus und bedanke dich mal bei dir selber, dass du es dir wert gewesen bist, dass du jetzt diese Reise gemacht hast. Und löse mal ganz bewusst das Bild von deiner Konzeptebene und von der freien Lebensenergie auf. Also gib die Bilder ab. Atme tief ein, beweg dich mal, streck dich durch und bedanke dich bei der geistigen Welt. Und noch einmal bei dir. Und dann atmest du noch einmal tief ein und wieder aus. Streckst dich durch, bewegst deinen Körper. Machst dir noch einmal bewusst, was du alles hinter dir gelassen hast während dieser Reise. Und kommst dann ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich gut spüren kannst, deinen Körper wieder gut spüren kannst, öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. und bist vollständig klar und entspannt. Wie ist es dir gegangen? Was hat sich getan bei dir? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wie immer, lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonnier den Kanal. Und ich freue mich natürlich aufs nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Ereni. Tschüss. Dein Oliver Ereni. Tschüss. dein Oliver Ereni. Dieull Dieullzuse Untertitelung. BR 2018